Hey Leute, das war die Zeit, in der die Menschheit wahnsinnig geworden ist. Und aus diesem Wahnsinn heraus hat sich einer der grössten Bewusstseins-Quantensprünge dann hervorgetan, den man sich vorstellen kann, was man lange Zeit nicht mehr erlebt hat auf Erden. Aber momentan sind wir leider noch inmitten des Wahnsinns, aber wir können zuversichtlich sein, es gilt jetzt einfach für uns alle, unsere Themen zu klären. Es wird keiner mehr drumherum kommen. Jeder Zuschauer weiß, er wird konfrontiert mit seinen innersten Traumata, Verletzungen und Themen, die er über das ganze Leben bewusst oder unbewusst mitgeschleppt hat. Und die wollen jetzt gelöst und geheilt werden. Und das ist schon die Einleitung, so quasi. Also dieses Schlechtgehen ist die Einleitung für ein Gutgehen, welches uns bis dato noch nie begegnet ist. Wir steuern auf etwas so Wundervolles zu. Ohne dieses Wissen wäre es wirklich schwer zu ertragen, was gerade abgeht. Und mir tun eigentlich die Menschen leid, die nicht wissen, dass das ganze Desaster zum Guten dienen wird. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.